wir werden uns kurz mal den neuen rocketbars durchschauen da ich sehr kritisch mit diesen sachen bin ich kriegte jetzt eine kritische meinung mit meiner camo hier so schaut das jetzt so aus ich würde einfach die camo rocken dass man vielleicht sieht wie das ein bisschen auf die mod stars schaut ganz schnell durch wird gegrindet hier irgendwie gefällt es mir was haben wir sonst noch okay dass das problem das ist das problem man sieht die sachen nicht hier stelle ich mir ein neues preset sieht man meine presets mit den komischen autos die spiele und weiter okay man kennt ein bisschen was normales sachen als tarnungen die schaut gut aus wirklich langsam das wichtigste bei diesen tarnungen musik haben wir wieder eklige reifen tarnung die okay ausschaut takumi brauche ich nicht das schaut gut aus ja dieses auto werde ich wahrscheinlich sowieso nicht spielen ein paar flammen hinten frage ich es natürlich sehr chillig sehr chillig was haben wir sonst noch dieses ding hier naja cool ausgeschaut abgegradet andere farbe und das ist chill das kann was wirklich wirklich socken naja wenn man antenne spielen will kann man damit herum nerven wenn dann die reifen das schaut ziemlich gleich aus wie das andere naja 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 die reifen gefällen mir schon mal nicht so ach gott ach gott also ein reifen rocket bus ist das sehr gut die tongas die reifen gefallen mir bis jetzt schon mal gar nicht neee 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 das ist kein reifen rocket bus mit reifen sind sie schon durch ich glaube da werden sie nicht mal gute neue sachen finden hab ich schon gesagt mit reifen ist rocket league was zum teufel das ist kein reifen da haben sie gas gegeben das könnte ich auf jeden auto gebrauchen das schaut gut aus das schaut gut aus neee die van tarnungen schauen gut aus die schauen gut aus aber ja ich weiß nicht ich weiß nicht neee neee oh trippy tarnungen sind gut tarnungen sind gut auch ein bisschen trippy eh 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 oh gott oh wir sind durch wir sind durch sowas ich weiß nicht ich alle in die türkjäger 70 mich an schon oh ah 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 ja ja warum nichts warum nicht Nicht.